Guten Tag, ich begrüße Sie zu meinem heutigen Vortrag COPD und Psyche Umgang mit einer psychischen Krise. Ich freue mich, dass ich Ihnen dieses wichtige Thema näher bringen kann im Rahmen des Symposium Lunge 2021, auch wenn dieses dieses Mal nur virtuell stattfinden kann. Mein Name ist Professor Nikola Stenzel, ich bin Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin und ich beschäftige mich seit langem mit dem Thema Psychopneumologie, das heißt mit psychischen Begleiterscheinungen bei chronischen Lungenerkrankungen. Zunächst möchte ich Ihnen eine kurze Übersicht über den Vortrag geben. Als erstes werde ich Ihnen etwas berichten zu potenziellen psychischen Begleiterscheinungen und Beschwerden bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen, man bezeichnet das auch als psychische Komorbiditäten. Im Folgenden werde ich Ihnen einige Auswirkungen psychischer Beschwerden bei COPD bzw. potenzielle Auswirkungen berichten und im weiteren Verlauf darauf eingehen, wie man selbst sich denn im Alltag etwas Gutes tun kann. Das heißt, auf welche Weise man mit psychischen Beschwerden und Krisen umgehen kann und ab wann vielleicht auch es sinnvoll ist, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ich möchte zunächst mit einem Fallbeispiel starten. Das ist kein echtes Fallbeispiel, es ist aber fällennach empfunden, wie Sie uns in unserer Arbeit begegnet sind. Stellen wir uns eine Patientin vor, nennen wir sie Frau S. Frau S. ist 65 Jahre alt und ist seit einigen Jahren an chronisch obstruktiver Lungenerkrankung erkrankt. In den letzten Monaten hat ihre Leistungsfähigkeit deutlich abgenommen. Nun ist es mal wieder Zeit für den regelmäßigen Termin beim Lungenarzt. Sie hat sich etwas verspätet und hasste zum Eingang des Ärztehauses. Schon von Weitem erblickt sie jedoch im Eingangsbereich das rot-weiße Schild, auf dem steht Aufzug defekt. Bitte Treppen benutzen. Oh nein, schießt es ihr durch den Kopf. Ich muss in den dritten Stock. All die Treppen, das schaffe ich nie. Schon allein der Gedanke an die Anstrengung verschlägt ihr den Atem. Panik macht sich breit. Die Atemnot wird stärker. Auch das noch, denkt sie. So schaffe ich das erst recht nicht. In dem Moment kommt ein junger Mann vorbei und macht Anstalten, die Treppe hinauf zu steigen. Frau S. überlegt kurz, ihn um Hilfe zu bitten, verwirft den Gedanken aber sofort wieder. Wie peinlich, denkt sie. Das kann man doch keinem erklären. Dieses Fallbeispiel ist nur ein Beispiel dafür, welche Ängste und Sorgen Betroffene berichten und auf welche Weise sich Ängste und Panik aufschaukeln können. Ich werde im Laufe des Vortrages noch einmal darauf zurückkommen. Chronische Erkrankungen wie die CPD sind generell eine große Herausforderung für die Betroffenen. Hinzu kommt, dass das Symptom Atemnot nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr belastend sein kann. Aus diesem Grund leiden einige Betroffene unter psychischen Beschwerden wie einer gedrückten Stimmung oder auch Ängsten und Sorgen. Einige sogar unter tatsächlichen psychischen Erkrankungen. Wie häufig treten jetzt Angsterkrankungen und Depressionen bei CBD-Betroffenen auf? Es gibt hierzu verschiedene Studien, also verschiedene Untersuchungen, die sich mit dem Thema befasst haben, sowohl in Deutschland als auch international. Diese berichten von Prävalenzraten, also Häufigkeiten von 10 bis 42 Prozent bei stabilen CBD-PatientInnen, die Depressionen entwickeln und 10 bis 55 Prozent bei stationären PatientInnen, die Angststörungen entwickeln. Das sind jetzt sehr große Spannen, die man hier sieht. Das hängt ab von der Art der Studie, wo die durchgeführt ist und auch mit welchen Arten diese Depressionen und Angststörungen erfasst worden sind. Da möchte ich an dieser Stelle nicht näher drauf eingehen. Festhalten kann man, aber CBD-Betroffene können beeinträchtigt sein. Wichtig ist an dieser Stelle auch zu betonen, auch Angehörige können mit beeinträchtigt sein. In einer Marburger Studie zeigte sich, dass auch Angehörige durch die Erkrankung mit belastet sein können, einfach weil sie versuchen, ganz viel aufzufangen und versuchen natürlich, den Partner so gut wie möglich zu unterstützen. Es zeigt sich in den Studien auch, dass Angst und Depressivität bei weiblichen Patienten besonders erhöht ist und dass diese Begleiterscheinungen und Erkrankungen Auswirkungen auf die Lebensqualität und das Krankheitsverhalten der Betroffenen haben können. Jenseits von psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder auch Angststörungen wie Panikstörungen treten bei vielen Betroffenen krankheitsbezogene Ängste und Sorgen auf. Was ist damit gemeint? Mit krankheitsbezogenen Ängsten bezeichnet man Ängste und Sorge von Betroffenen, die sie auf die Erkrankung selbst beziehungsweise auf deren Folgen beziehen. Also die Frage, wie geht es weiter mit der Erkrankung? Was wird im Folgenden weiter geschehen? Eine verstärkte Beschäftigung mit dieser Thematik und auch mit der Diagnose als solches ist zum einen natürlich Teil eines regulären Verarbeitungsprozesses, einfach vor dem Hintergrund der Diagnose, die die Betroffenen erhalten haben. Aber auch diese krankheitsbezogenen Ängste können sich auf ein klinisch relevantes Ausmaß steigern und dann auch wiederum zu einer Belastung für die Betroffenen werden. Welche krankheitsbezogenen Ängste kann man denn unterscheiden? Das heißt, welche Themen bewegen Betroffene besonders? Wir haben hierzu auch in Kooperation mit der Selbsthilfegruppe COPD Lungenemphysemen mehrere Untersuchungen durchgeführt und folgende Themen haben uns Betroffene berichtet. Zum einen ging es um die Angst vor Atemnot, also einem der Kernsymptome der Erkrankung. Betroffene berichteten uns, wenn sie kurzatmiger werden, bekommen sie zum Beispiel Angst, machen sich Sorgen, eine Erkältung könnte im Anmarsch sein oder die Erkrankung könnte jetzt akut schlimmer werden. Das ist die Angst vor Atemnot, jetzt in Kürze erklärt. Ein weiteres Thema, was Betroffene bewegte, war die Angst vor körperlicher Aktivität. Hier berichteten uns Betroffene, jegliche körperliche Anstrengung zu vermeiden oder Aktivitäten, die die Atmung beschleunigen, zu vermeiden. Ein weiteres Thema, von dem Betroffene berichte, war die sogenannte Progradienzangst oder auch Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung. Betroffene berichteten zum Beispiel zu befürchten, pflegebedürftig werden zu können oder auch, dass sie anderen Menschen zur Last fallen könnten und dass sie das sehr belasten wird. Darüber hinaus berichteten Betroffene Angst vor Ausgrenzung und Isolation. Hier ging es darum, dass Betroffene berichteten, sich mit der Krankheit alleine gelassen zu fühlen oder dass sie glaubten, dass andere Menschen gar nicht nachvollziehen können, wie es ihnen eigentlich damit geht. Und schließlich war auch noch ein wichtiges Thema Angst und Sorge in Bezug auf die Sauerstofftherapie. Hier berichteten Betroffene beispielsweise, dass sie sich schämen würden im Umgang mit dem Sauerstoffgerät oder dass sie Hemmungen hätten, dieses Sauerstoffgerät in der Öffentlichkeit zu benutzen und dass sie das sehr stark belasten würden. Das waren also die Themen, jetzt in Kürze dargestellt, die Betroffene in unseren Untersuchungen uns berichtet hatten und die Themen, die diese im Umgang mit ihrer Erkrankung und auch mit dem Umgang mit der Prognose und dem Fortschreiten der Erkrankung besonders belasten würden. Wie bereits weiter oben berichtet, können solche krankheitsspezifischen und krankheitsbezogenen Ängste sich eben steigern und können dann zu einer weiteren Belastung für die Betroffenen werden und sich auch das Krankheitsverhalten der Betroffenen und die Lebensqualität der Betroffenen negativ auswirken. Im Folgenden möchte ich Ihnen verdeutlichen, auf welche Weise sich COPD-Symptome wie Atemnot und Angstzustände auf der anderen Seite gegenseitig verstärken können. Beide haben eine beschleunigte Atmung und Atemnot als gemeinsames Symptom und manchmal kann es schwierig sein zu erkennen, was in einer bestimmten Situation der Auslöser von Symptomen ist. COPD oder vielleicht auch Angst. Erinnern wir uns an das eingangs dargestellte Fallbeispiel Frau S., die zu spät in die Arztpraxis kam in den Eingangsbereich und diesen Fahrstuhl wahrnahm. Angst kann durch verschiedene Dinge im Alltag ausgelöst werden. Durch bestimmte Situationen, im Falle von Frau S. wäre das also die Situation, dass sie in den Eingangsbereich der Arztpraxis kommt und dass sie das große Schild wahrnimmt, dass der Aufzug kaputt ist. Die Praxis ist oben im vierten Stock. Was passiert nun? Frau S. nimmt dieses Schild wahr und dann gehen ihr sofort bestimmte Gedanken durch den Kopf. Sie bewertet das Ganze als eine für sie bedrohliche Situation. Sie denkt dann sowas wie, das schaffe ich nie und bekommt in dem Moment natürlich Angst, weil sie in einer Situation, wo sie körperlich nicht mehr so belastbar ist und weil sie wirklich jetzt befürchtet, dass sie nicht rechtzeitig zu dem für sie sehr wichtigen Termin kommt. Das ist eine sehr nachvollziehbare Reaktion in der Situation. Bei ihr steigert sich das sogar zu einer Panik. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht ist sie vorher schon mal zu spät gekommen. Vielleicht weiß sie, dass das der letzte Termin ist an diesem Tag, wie auch immer. Aber bei ihr steigert sich das sofort zu Panik, die mit bestimmten physiologischen Veränderungen einhergeht. Das sind einfach körperliche Prozesse, die stattfinden bei Angst, also die sogenannte körperliche Angstreaktion. Und dadurch werden eben verschiedene vegetative Symptome ausgelöst, wie zum Beispiel Herzklopfen, Schwitzen oder eben auch Atemnot. Und da sind wir wieder da an der Stelle, von der ich vorhin gesprochen hatte, dass eben Atemnot sowohl durch Angst als auch im Kontext einer COPD ausgelöst werden kann. Was passiert nun? Sie nimmt es natürlich wieder wahr, dass die Atemnot stärker geworden ist und denkt dann vielleicht Dinge wie, oh Gott, jetzt wird es noch schlimmer. Wie soll ich das schaffen? Das heißt, das Ganze dreht sich in einer Spirale. Es kommt zu einem Teufelskreis. Die Angst wird stärker. Es kommt zu noch stärkeren körperlichen Reaktionen. Und dann kommt irgendwann eine Reaktion der Person, wie beispielsweise eine Vermeidung der Situation oder ähnliches. Das ist was, was wir den Teufelskreis der Angst nennen. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Ich habe gesagt, auf diese Art und Weise kann sich das Ganze aufschaukeln. Jetzt kann das unterschiedliche Folgen haben. Wenn wir tatsächlich eine Person haben mit einer Angsterkrankung, dann wird diese wahrscheinlich zu einem ausgeprägten Schon- und Vermeidungsverhalten neigen. Dies kann zwar Angst und auch Atemnot kurzfristig verringern, hat langfristig aber auch negative Folgen. Denn durch ausgeprägtes Schonverhalten nimmt die körperliche Kondition noch weiter ab. Der Körper wird unter Umständen noch weniger belastbar und die Muskeln werden möglicherweise weiter geschwächt. Dadurch wird aber Atemnot auch in weniger anstrengenden Situationen größer, was wiederum zu einer Verstärkung der Angst bei dafür anfälligen Personen und zu einer weiteren Vermeidung körperlicher Aktivitäten und Verschlechterung des Allgemeinbefindens führen kann. Möglicherweise folgen weitere Symptome wie beispielsweise Depressivität. Das heißt, hier haben wir einfach einen Kreislauf, der sich unter Umständen verselbstständigen kann. Wie wir eingangs schon gehört haben, können im Kontext einer COPD auch Niedergeschlagenheit und gedrückte Stimmung bis hin zu Depressivität auftreten. Viele COPD-PatientInnen berichten, dass die Krankheit in ihrem Leben einen großen Raum eingenommen hat. Darüber sind eigene Interessen und bisherige Ziele häufig in den Hintergrund getreten. Zudem haben die körperlichen Einschränkungen teilweise einen großen Einfluss auf den Alltag der Betroffenen. Diese können häufig immer weniger Aufgaben im Alltag übernehmen. Liebgewonnene Gewohnheiten und Hobbys sind unter Umständen nur noch eingeschränkt möglich. Die Betroffenen haben weniger positive Erlebnisse und das kann natürlich dann wiederum einen Einfluss auf die Stimmung haben. Gerade zu Beginn der Erkrankung ist es daher vollkommen normal, dass man bedrückt ist, dass man sich Sorgen macht etc. Diese gedrückte Stimmung sollte allerdings nicht mit einer Depression verwechselt werden, weil das nochmal etwas anderes ist. Wenn diese Symptome über längere Zeit, also über mehrere Wochen bestehen bleiben, wenn das mehrere Symptome sind, die sich auch vielleicht zunehmend verschlechtern, dann hat sich unter Umständen eine eigenständige depressive Erkrankung entwickelt. Was sind denn Symptome, die häufig mit einer depressiven Erkrankung einhergehen? Da spricht man von einer gedrückten Stimmung, Interesse und Freudlosigkeit und einem verminderten Antrieb. Das sind die sogenannten Kernsymptome und dann gibt es noch weitere Symptome, die häufig damit einhergehen, die sogenannten Zusatzsymptome. Das können Dinge sein wie starke Konzentrationsschwierigkeiten, Schuldgefühle oder auch Selbstwertprobleme, hartnäckiges Schlaf und Appetitstörungen und teilweise dann auch Gedanken an den Tod bis hin zu Suizidgedanken. Das muss man aber wie gesagt von einer gedrückten Stimmung und Niedergeschlagenheit noch einmal deutlich unterscheiden und das ist was, was dann auch ein medizinischer Behandler feststellen kann, ob dem tatsächlich so ist oder eben nicht. Liegt eine Depression vor, hat das häufig Auswirkungen auf die Lebensqualität und auch auf das Krankheitsverhalten der Betroffenen. Beispielsweise ziehen sich viele Betroffene im Alltag von anderen Menschen zurück und sind generell noch weniger aktiv. Zudem sind depressive Betroffene häufig besonders mutlos in Bezug auf ihre Zukunft und auch in Bezug auf ihre Erkrankung und deren Behandlungsmöglichkeiten. Das kann dann zu einer schlechteren Selbstfürsorge im Umgang mit der Erkrankung führen. Kommen wir nun zu einem kurzen Zwischenfazit. Was haben wir bislang zu psychischen Beschwerden bei COPD gehört? Ich hatte Ihnen zunächst etwas über die Häufigkeit psychischer Beschwerden berichtet und dabei über Depressionen und Angststörungen gesprochen und wir hatten thematisiert, dass sowohl COPD-Betroffene als auch deren Angehörige beeinträchtigt sein können. Dann haben wir uns damit befasst, dass psychische Beschwerden mit einer Beeinträchtigung der Lebensqualität und häufig mit einer stärkeren Belastung der Betroffenen einhergehen und dass sich diese negativ auf das Krankheitsverhalten der Betroffenen auswirken können. Die gute Nachricht ist aber, dass psychische Beschwerden prinzipiell gut behandelbar sind und dass es mehrere Wege gibt, diese positiv zu beeinflussen und damit möchte ich mich im Folgenden befassen. Ich möchte nun zum zweiten Teil meines Vortrages kommen, Wege aus einer psychischen Krise, wie kann man sich im Alltag etwas Gutes tun? Dabei möchte ich Ihnen sowohl einige Anregungen dafür geben, was man selbst tun kann und wie man im Alltag selbst seine Stimmung positiv beeinflussen kann, als auch über das Thema professionelle Unterstützung sprechen und Ihnen dazu einige Hinweise geben. Ich werde also im Folgenden zunächst über das Thema Selbstfürsorge sprechen, also die Frage, wie kann man sich selber etwas Gutes tun? Wie kann man zur Stabilität seiner Stimmung beitragen und auch wie kann man mit Ängsten im Alltag umgehen? Dann werde ich mich dem Thema soziale Unterstützung widmen, also Unterstützung durch andere Personen erhalten und dann noch über das Thema professionelle Hilfe sprechen. Kommen wir zunächst zum Thema Selbstfürsorge. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, was Betroffene selbst tun können, um ihre Stimmung positiv zu beeinflussen. Betrachten wir zunächst den Umgang mit Veränderungen. Die körperlichen Einschränkungen durch die Erkrankung haben oft einen großen Einfluss auf den Alltag. Deshalb ist es wichtig, dass Betroffene herausfinden, was ihnen gut tut und was gleichzeitig unter den gegebenen Umständen auch umzusetzen ist. Ich weiß, dass es leichter gesagt als getan ist. Vielleicht können Sie Dinge wiederentdecken, die Ihnen früher einmal Spaß gemacht haben, aber in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen ist. Wichtig ist es dabei auch, sich selbst Zeit für den Anpassungsprozess an die Situation zu geben. Viele Betroffene haben uns berichtet, dass ihnen dabei auch der Austausch mit anderen, beispielsweise in einer Selbsthilfegruppe, sehr geholfen hat. Auch ein gezieltes Bewegungstraining, wie beispielsweise Lungensport, kann positive Effekte auf die Stimmung haben. Auch ein leichtes Konditions- und Ausdauertraining erzielt häufig positive Effekte. Wichtig ist es aber, dass hier eine genaue Absprache mit dem behandelnden Arzt oder behandelnden Ärztin erfolgt, um eine Überforderung zu vermeiden und das individuell richtige und passende Programm zu finden. Das heißt, wichtig ist es hier, individuelle Belastungsgrenzen zu kennen und auch zu berücksichtigen. Darüber hinaus können auch eine Optimierung der Ernährung und Schlafhygiene helfen, die Stimmung positiv zu beeinflussen. Es hat sich gezeigt, dass ausgewogene Ernährung sowohl den körperlichen Zustand als auch die psychische Verfassung positiv beeinflusst. Ein optimales Ernährungsprogramm ist aber immer ein individuell auf die jeweilige Person abgestimmtes Programm. Deswegen ist es wichtig, sich hierzu von einem medizinischen Behandler oder einem Diabetologen, Diabetologin beraten zu lassen. Auch das Thema Schlafhygiene kann wichtig sein. Was bedeutet das? Schlafhygiene befasst sich mit der Frage, was man tun kann, um einen gesunden, erholsamen Schlaf zu ermöglichen oder zu fördern und damit Schlafstörungen vorzubeugen oder diese zu beheben. Die Strategien, die dabei besprochen werden, reichen von einer angemessenen Gestaltung des Schlafzimmers, also für gute Lichtverhältnisse oder eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Über Tipps, wie dass man untertags möglichst wenig schlafen sollte, bis hin dazu, dass man am späten Nachmittag keine koffeinhaltigen Getränke mehr zu sich nehmen sollte. Aber auch das ist wieder eine sehr individuelle Sache und hängt mit der individuellen Situation der jeweiligen Person zusammen. Deswegen ist es auch wichtig, sich hierzu von einem medizinischen Behandler beispielsweise oder auch von Ernährungsmedizinern, Ernährungsmedizinerinnen beraten zu lassen. Insgesamt ist es mir wichtig zu betonen, dass es sich hier um eine Auswahl von Strategien handelt, die als Anregung zu verstehen sind. Jeder Betroffene kann und sollte individuell entscheiden, welche Dinge für ihn oder sie persönlich relevant und auch umsetzbar scheinen. Wichtig ist es aber, sich erreichbare Ziele zu setzen und auch kleine Fortschritte anzuerkennen. Wie ich eingangs bereits berichtet habe, spielen Ängste und Sorgen und vor allen Dingen krankheitsbezogene Ängste für viele Betroffene eine große Rolle und sind sehr belastend. Was kann man nun im Alltag tun, um damit umzugehen? Falls noch nicht geschehen, ist es zunächst erstmal wichtig, sich umfassend über die Erkrankung und den potenziellen Verlauf zu informieren und sich auch gegenüber Behandlern unter Umständen zu öffnen in Bezug auf Sorgen und Ängste. Denn manchmal können diese auch unbegründete Sorgen und Ängste entkräften oder haben einfach ganz spezielle Tipps, was man in verschiedenen Situationen ganz individuell tun kann. Darüber hinaus können auch Atem- und Entspannungsübungen helfen. Das sind sehr etablierte Mittel gegen Stress und Ängste. Hier ist zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, die sogenannte PMR zu nennen, ein schon recht altes, aber sehr etabliertes Verfahren. Anderen Betroffenen hilft zum Beispiel Yoga oder Meditation oder auch ein Achtsamkeitstraining. Wichtig ist, dass dieses auch immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin erfolgt, weil diese auch sagen können, was für den Betroffenen individuell das beste Programm ist und auch was der Betroffene individuell im Kontext seiner eigenen körperlichen Situation tun kann und was dort geeignet ist. Auch die nächsten beiden Punkte gehören zur Selbstfürsorge im Umgang mit Ängsten. Aber mir ist natürlich bewusst, dass das nicht immer so leicht umzusetzen ist. Es ist wichtig und kann vielen Betroffenen helfen, im Alltag einen gewissen zeitlichen Puffer einzuplanen, um zusätzlichen Stress durch Zeitdruck zu vermeiden. Und darüber hinaus ist es auch wichtig, Hilfe in Anspruch zu nehmen und im Voraus einzuplanen bei Dingen, die einem schwerfallen. Aber natürlich ist das auch leichter gesagt als getan. Nicht immer ist natürlich Hilfe verfügbar. Letztendlich berichten viele Betroffene, dass der Austausch mit anderen ihnen im Umgang mit Ängsten und Sorgen sehr geholfen hat. Diesem Thema werde ich mich im Folgenden widmen. Sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen und Hilfe von anderen anzunehmen, hat sich als sehr wichtiger erster Schritt im Umgang mit psychischen Beschwerden erwiesen. Wir nennen das auch soziale Unterstützung, die man von anderen halten kann und die zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität beitragen kann oder auch zur Verbesserung der Lebensqualität und deswegen eine wichtige Ressource ist. Das heißt, es geht hier darum, sich eigene Grenzen auch einzugestehen, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man merkt, okay, man ist den Anforderungen gerade nicht gewachsen und dann eben Unterstützung von anderen in Anspruch zu nehmen. Leider sind psychische Beschwerden immer noch stigmatisiert, deswegen fällt genau das vielen Betroffenen natürlich sehr schwer, aber es ist etwas, was sich langfristig sehr lohnt, um die eigene Lebensqualität aufrecht zu erhalten. Gegebenenfalls kann man in weiteren Verlauf natürlich auch noch Unterstützungsleistungen beantragen, etc. Wer sind denn eigentlich potenzielle Ansprechpartner für Betroffene? Hier haben wir verschiedene Untersuchungen durchgeführt und es hat sich gezeigt, dass natürlich Familie und Freunde für viele Betroffene ein wichtiger Ansprechpartner sind, einfach weil das Vertrauen hier sehr hoch ist, weil man sich diesen sehr nahe fühlt und dann einfach gut in den Austausch gehen kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Behandler, vor allem medizinische Behandler, ganz wichtige Personen sein können, denn die kennen sich natürlich sehr, sehr gut mit der Erkrankung aus und auch mit dem potenziellen Verlauf der Erkrankung. Die können zu allen krankheitsrelevanten Themen auch beraten und auch Sorgen und Ängste möglicherweise relativieren oder in den Kontext stellen. Dafür ist es natürlich notwendig, sich diesen gegenüber zu öffnen. Dann bieten natürlich Selbsthilfegruppen ein ganz tolles Forum dafür, soziale Unterstützung zu bekommen, einfach weil man hier auf andere Betroffene auch trifft, die in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht auch Sorgen und Ängste kennen und deswegen vielleicht auch von Wegen berichten können, damit umzugehen. Etwas ähnliches trifft auch auf Lungensportgruppen zu, wo sich häufig jenseits des Lungensportes eine gute Gemeinschaft bildet, die dann auch unterstützen kann. Zusätzlich ist es so, dass auch Pfarrer oder Geistliche natürlich eine sehr, sehr gute und ganz wichtige Unterstützung bieten können. Wenn jemand aktiv ist, zum Beispiel in dem Bereich, kann das eine ganz wichtige weitere Quelle sein, sozialer Unterstützung und nicht zuletzt möchte ich auch Pflegekräfte oder andere Betreuungspersonen nennen, die unter Umständen ja auch den Alltag eines Betroffenen mitbekommen oder ihn in verschiedenen Situationen gut kennengelernt haben und die auch wichtige soziale Unterstützung bieten können. Ich habe Ihnen jetzt hier einen Screenshot des Internetsauftritts der Selbsthilfegruppe Lungen-MVCM-COPD mitgebracht, um Ihnen ein Beispiel für eine sehr aktive Selbsthilfegruppe im deutschsprachigen Raum zu geben. Da gibt es einen ganz umfangreichen Internetauftritt, wo man ganz viele Informationen auch zur Erkrankung findet und eben auch zu eigenen einzelnen regionalen Selbsthilfegruppen angeboten. Beispielsweise sehen Sie, wenn Sie auf den Button Selbsthilfegruppen hier klicken, dann weiterführende Links zu verschiedenen Bereichen in Deutschland, wo sich Angebote von Selbsthilfegruppen, also regionale Angebote finden. Soziale Unterstützung hat sich also als wichtiger protektiver Faktor erwiesen, also als wichtiger schützender Faktor zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität. Gleichzeitig ist aber das gesamte System häufig überlastet. Was bedeutet das? Hiermit ist das Familiensystem gemeint. Angehörige fangen häufig sehr viel auf und sind wichtige Ansprechpartner, aber Studien, die wir auch selber gemacht haben, zeigen, dass auch Angehörige zum Teil mit beeinträchtigt sind. Aus diesem Grunde ist es sehr zentral für Angehörige, dass diese die Verantwortung nicht alleine tragen. Das heißt, auch hier ist es wichtig, sich zu vernetzen, wie ich vorhin gesagt habe, mit verschiedenen Ansprechpartnern und einfach auch die, um Rat und Unterstützung fragen zu können und dass Angehörige sich auch Auszeiten zugestehen und Pausen gönnen. Denn ein altes Sprichwort sagt ja schon, man kann nur dann für andere Menschen da sein, wenn man auch für sich selber ausreichend Sorge trägt. Und das ist was, was an dieser Stelle wieder sehr deutlich wird, wie unsere Studien gezeigt haben. Ja, nun stellt sich natürlich die Frage, ab wann denn ein Betroffener oder eine Betroffene professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen sollte. Also wann reichen Dinge wie Selbstvorsorge oder auch soziale Unterstützung nicht mehr aus? Letztendlich kann man sagen, wenn Beschwerden bereits länger anhalten, wenn die zunehmen oder wenn die Betroffenen sich durch Ängste, Sorgen und Stimmungsschwankungen zunehmend stark beeinträchtigt fühlen. Das ist ganz wichtig, den ärztlichen Behandler oder die ärztliche Behandlerin darauf anzusprechen, weil diese Person dann gemeinsam gucken kann mit dem oder der Betroffenen, ob die Person professionelle Unterstützung benötigt und auch überlegt, welche therapeutischen Alternativen am besten zu dieser Person oder zu der Symptomatik passen. Da gibt es nämlich unterschiedliche und auch überweisen kann. Insgesamt ist es wichtig zu betonen, dass die Kosten für eine psychotherapeutische als auch medikamentöse Behandlung in der Regel von der Krankenkasse übernommen werden. Das heißt, hier ist es so, dass das einfach in dem normalen Behandlungsangebot in Deutschland von den Krankenkassen abgedeckt wird, was ganz wichtig zu wissen ist. Ja, was gibt es denn für Behandlungsmöglichkeiten? Hier sind zum einen psychotherapeutische Ansätze als zum anderen medikamentöse Ansätze zu nennen. Ich möchte zunächst auf psychotherapeutische Ansätze eingehen. Was sind potenzielle Inhalte einer Psychotherapie? Zum einen, das ist natürlich individuell immer verschieden und hängt von der Art der Symptomatik ab, unter der ein Betroffener oder eine Betroffene leidet. Zum einen können das therapeutische Gespräche sein über Krankheitsbewältigung und auch Veränderungen in der Lebensführung, die mit der COPD verbunden sind. Es geht häufig auch um allgemeine oder individuelle Zusammenhänge zwischen Angst, Depression, COPD, also der Grunderkrankung, inwiefern sich das zum Beispiel aufschaukeln kann oder auch wie diese Dinge zusammenhängen können. Und häufig werden einfach individuelle Bewältigungsstrategien entwickelt. Also individuell, weil das für jede Person auch wieder was eigenes sein kann und natürlich auch passen muss zum Umgang mit Ängsten, Sorgen und gedrückter Stimmung, die dann gemeinsam mit dem oder der Behandlerin entwickelt werden. Auf welche Weise kann man jetzt psychotherapeutische Hilfe finden? Man kann das natürlich zum einen mit dem oder der medizinischen Behandler, medizinischen Behandlerin absprechen und auf diese Art und Weise nach Wegen und Ideen suchen. Darüber hinaus gibt es verschiedene andere offizielle Stellen, die Hilfe anbieten, zum Beispiel die Bundespsychotherapeutenkammer. Sie sehen hier die Internetadresse wegezupsychotherapie.org. Das ist eine Infoseite, wo von offizieller Stelle her einfach ganz viel Informationen zu Psychotherapie generell gegeben wird und wo auch Wege beschrieben werden, wie man denn an einen Psychotherapeuten kommt und was dann die wichtigsten Schritte sind. Kommen wir nun zur medikamentösen Behandlung. Auch diese ist möglich und es gibt sehr viele wirksame Medikamente gegen psychische Beschwerden, bei denen auch kein Abhängigkeitsrisiko besteht. Der ärztliche Behandler, wenn man sich an diesen wendet, der kann auch hier eine Empfehlung aussprechen oder an einen zuständigen Facharzt überweisen, der dann gemeinsam mit dem oder der Patientin überlegen kann, welche Medikamente die richtigen in dem individuellen Fall sind. Wichtig ist hier, bitte konsultieren Sie immer einen Arzt oder auch Facharzt, bevor Sie Substanzen oder Medikamente gegen psychische Beschwerden einnehmen, denn dieser Arzt oder Facharzt kann eben potenzielle Wirkungen, Nebenwechselwirkungen ganz genau einschätzen und wird Sie sehr gerne beraten und hier gibt es eben viele sehr gute Möglichkeiten, die man dann besprechen kann. Ich komme nun zum Ende meines Vortrages und fasse das nochmal zusammen. Der Titel war ja COPD und Psyche, Umgang mit einer psychischen Krise. Womit haben wir uns beschäftigt in diesem Vortrag und was war die Quintessenz. Zum einen hatte ich Ihnen berichtet, es bestehen erhöhte Raten bezüglich Angst und Depressivität bei Menschen mit COPD und diese können auch Folgen für die Lebensqualität der Betroffenen haben, für das Krankheitsverhalten und für die Therapie. Gleichzeitig ist es so, dass es gute Behandlungsmöglichkeiten gibt psychischer Beschwerden und dass man bei niederschwelligen psychischen Beschwerden auch selber schon viel tun kann mit Selbstfürsorge oder auch sozialer Unterstützung und wenn die Belastung anhält oder steigt, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen und gemeinsam mit einem Behandler oder einer Behandlerin individuelle Wege zum Umgang mit den psychischen Beschwerden finden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit bei diesem Vortrag. Bei Fragen können Sie sich gerne wenden an meine E-Mail-Adresse, die Sie hier unten eingeblendet finden. Vielen Dank!